In der startenden Abend heimkommert jemand da ist, der wartet von Hesch, wenn ich's weggehe, und durch etwas brüchelt als Akshow, bis ich ein schönes Ghetto... Es gibt genügend gute Movies und genügend Texte zu schreiben, genügend gute Bücher, genügend Gründe für Will-Extizide. Nach dem Stress im Job, manchmal noch Homies und Bier, manchmal noch Minifier, wenn ich schon ein komischer Siech. Abends um allein, ich will in der Zeitpunkt selber bestimmen, will nicht verändern, da rein ein bisschen denken, ich spinne. Bin wirklich gerne allein, aber manchmal hasse ich sie best. Ich habe das Gefühl, alle machen Party und ich verpasse gerade das Beste. Und nein, es hat nicht nur ein Vorteil, ohne Single da sein, jeder sucht doch die Person, wohne möchte vor immer da sein. Aber man sollte ausgesucht, dass ich allein ins Bett gehen, renne gegen die Zeit, das wäre die Scheisse im Bettkampf. Ehrlich gesagt, würde ich gerne anders machen, als den Text schreiben, wie zum Beispiel den ganzen Tag mit einem Girl im Bett bleiben. Aber schau, es ist so simpel wie einmal eins, man gewöhnt sich an alles, sogar an Einsamkeit. Wo bist du, wenn ich allein da bin, starte, am Abend nach Hause komme und niemand da ist, wo wartet, wo bist du, wenn ich ins Bett gehe? Nur etwas braucht als Abschluss, weil es nichts Schönes gäbe, als von dir einen guten Nachtkuss. Sei so nütisch an, weil ich will mit den Jungs gehen, allein daheim sie ein paar ruhige Stunden brauchen, und wo bist du nachher für den krönenden Abschluss, weil es nichts Schönes gäbe, als von dir einen guten Nachtkuss. Mit Aussie von dir heisst irgendwann auch der Jungs dran, endlich habe ich die Freiheit, die ich mir immer gewünscht habe. Auf der Staarblick betrachtet ist da dran nichts zu verachten, habe es ja selber so wollen und alle trag ich vom Ganzen, bin der Mann im Haus und ich sag da, wo es durchgeht, weil ich alleine wohne und was mir fehlt, ist jetzt nur noch, jemand, der da ist, hofft, dass die Zeit bald mal rumgeht, der Scheiss zieht mich runter, dass ich mein, ich komm ohne nahe, als Single meine Wohnung, naja, mach das Beste draus, fühl mich nicht immer ganz so wohl, ohne Gäste im Haus, zum Ausreden erfinden nach dem Ausgang, gibt's keinen Grund, weil es ja eh niemand interessiert, wenn man heinkommt, könnte mich jetzt richtig frei fühlen, aber tu mich schwer damit, habe mir alles ein bisschen anders vorgestellt, wenn ich ehrlich bin, so schön es auch ist, manchmal Zeit für sich alleine zu haben, fühl mich bald schon einsam und die Verzweifel alleine dran. Wo bist du, wenn ich alleine da bin, starte, am Abend heinkomme und niemand da ist, der wartet? Wo bist du, wenn ich ins Bett gehe, nur etwas bräuchte als Abschluss, wenn es nichts Schönes gäbe, als von dir einen guten Achtkuss. Sei so nütisch an, wenn ich möchte mit den Jungs gehen, allein daheim sind, ein paar ruhige Stunden brauchen, und wo bist du nachher für den krönenden Abschluss, wenn es nichts Schönes gäbe, als von dir einen guten Achtkuss. Atme, als von dir einen guten Achtkuss. Aufbehege. Mit dem Achtkuss. Untertitelung. BR 2018